Ich will dir ein Bild aus Frankfurt liefern, sagte der Mond, denn ein Gebäude habe ich mir dort besonders angesehen. Nicht Goethes Geburtshaus und auch nicht das alte Rathaus, durch dessen vergitterte Fenster noch immer die gehörnten Schäde der Ochsen ragen, die bei der Kaiserkrönung gebraten und als Preis ausgesetzt wurden. Es war ein grüngestrichenes, bescheidenes Bürgerhaus an der Ecke der engen Judengasse, es war Rothschilds Haus. Ich sah durch die offene Tür, das Treppenhaus war hell erleuchtet. Diener mit brennenden Kerzen in massiven silbernen Leuchtern verbeugten sich tief vor der alten Frau, die auf einer Sänfte die Treppe hinuntergetragen wurde. Der Herr des Hauses stand mit entblößtem Haupt da und küßte der alten ehrfürchtig die Hand. Es war seine Mutter. Sie nickte ihm und der Dienerschaft freundlich zu und man trug sie zu einem kleinen Haus in der engen, dunklen Gasse. Dort wohnte sie, dort hatte sie ihre Kinder geboren, dort war ihr Glück erblüht. Verließe sie die missachtete Gasse und das kleine Haus, so würde das Glück sie möglicherweise auch verlassen. So war nun einmal ihr Glaube. Der Mond wollte nicht weitererzählen. Viel zu kurz war heute Abend sein Besuch. Ich aber musste an die alte Frau in der engen, missachteten Gasse denken. Nur ein Wort von ihr und sie hätte ein großartiges Haus nahe der Themse. Nur ein Wort und ihre Villa läge am Golf von Neapel. Würde ich das unbedeutende Haus verlassen, dem das Glück meiner Söhne entsprang, könnte das Glück sie verlassen. Es ist ein Aberglaube, doch von eigener Art. Wenn man die Geschichte kennt und das Bild sieht, dann bedarf es lediglich dieser zwei Worte als Unterschrift, um es zu verstehen. Eine Mutter. 03 9 9 9 10 GS 9 9 9 9 9 10